In der Nacht vom 26. auf den 27. August 1984 brennt in Duisburg-Warnheimer Ort ein Mehrfamilienhaus. Bei einem Großbrand im Duisburger Stadtteil Warnheimer Ort kamen heute Morgen gegen 0.30 Uhr sieben Menschen ums Leben. 23 Bewohner des Hauses wurden zum Teil schwer verletzt. Über diese Brandlegung haben wir hier auf dem Kanal schon berichtet. Hier die Zusammenfassung. Es war zu heiß, man konnte gar nicht aushalten, es war so schlimm gewesen. Man konnte kaum Luft kriegen und ja, und dann war ich auch auf einmal unten. Ich habe was gesehen, also dass was runterkam und dann habe ich nur gedacht, oh mein Gott, das wird jetzt kein Mensch gewesen sein. Und dann habe ich die Schreie unten gehört. Der eine schmiss seine Kinder runter, damit die aufhalten. Da rufen die auf Türkisch, Abi, Abi, Bruder, hält das fest, meine Kinder. Glauben Sie, dass eventuell Ausländerfeindlichkeit da eine Rolle gespielt hat? Das wissen wir nicht. So, wir sind hier lange, also praktisch 16 Jahre. Wir haben noch nie was davon gemerkt, dass uns man irgendwie angeguckt hat, so doof oder was. Also, haben wir gar nichts davon gemerkt. Sie meinen aber doch, dass sowas vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte. Warum denn? Ja, weil, wo die raus waren, die alle nicht. Da haben die welche paar Deutschen, haben die gesagt, das ist doch egal. Das sind sowieso Ausländer alle. Mir ist auch sehr aufgefallen, dass an unserem Haus ein Hakenkreuz war. Das war direkt bei uns an der Hauseingang. Die Polizei kommt nicht weiter. Sie hat immer noch keine Ahnung, wer das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gelegt haben könnte. Dann, 1993, brennt in Duisburg wieder ein Haus und wieder sind es Familien mit Migrationsgeschichte, die darin leben. Heute, fast 40 Jahre später, beschäftigt sich das Landeskriminalamt NRW mit dem Brand aus dem Jahr 1984 und stellt sich die Frage, ob das Tatmotiv womöglich rassistisch gewesen sein könnte. Beim Brand eines Asylbewerberheimes im nordrhein-westfälischen Duisburg sind in der Nacht fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Verletzten waren aus den Fenstern gesprungen, noch bevor die Rettungsmannschaften von Feuerwehr und Polizei eintrafen. Die Menschen standen in den Fenstern, um aus dem Gebäude zu sprengen. Brandherd war der Keller des Gebäudes. Dort waren altes Möbiliar- und Kleidungsstücke entbrannt. Über die Brandursache besteht zur Stunde noch keine Klarheit. Laut Polizeiaussage ist Brandstiftung jedoch nicht auszuschließen. Die Brandstiftungen im Asylbewerberheim und im Mehrfamilienhaus können nicht aufgeklärt werden. Im Mai 1994 meldet sich dann eine Frau bei der Polizei. Sie heißt Evelyn D. und gesteht, beide Brände gelegt zu haben. Als die Polizei die Frau überprüft, gibt es eine Überraschung. Evelyn D. ist keine Unbekannte. Und sie liefert auch noch ein Motiv. Doch jetzt erstmal zur Vorgeschichte. Ich habe sie kennengelernt, das ist Jahre her. Ich habe es mir nochmal nachgelesen, wann der erste Fall war. 9. September 1984. Und soweit ich mich erinnere, ging es um einen Vorhang in einem Krankenhaus, das sie angezündet hat. Nach dem Brand in der Warnheimer Straße zündet Evelyn D. immer wieder Müllcontainer und Spermüll an. Vor Gericht wird sie für diese Delikte von ihrem Rechtsanwalt Heinz Schmidt verteidigt. Dass sie für die Brandlegungen in der Warnheimer Straße und im Asylbewerberheim verantwortlich ist, erfährt ihr Anwalt 1994 aus der Zeitung. Sie befürchtete, dass ich ihr das ausreden würde, das Geständnis. Also so hatte sie mich verstanden. Ich würde immer rechtsstaatlich argumentieren. Und zum Rechtsstaat gehört, dass nicht ich als Betroffener aufklären muss oder sollte. Also nicht diese moralische Kategorie, die natürlich auch gerechtfertigt ist. Aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist zu gucken, kann ihr die Tat nachgewiesen werden mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die der Staat eben hat. Hatte Evelyn D. ein politisches, also in diesem Fall ein rassistisches Motiv, als sie die Brände 1984 und 1993 legte. Dieser Annahme stellt sich Heinz Schmidt vehement entgegen. Warum hat Evelyn D. Ihnen nichts von den Brandlegungen in der Warnheimer Straße und auf das Asylantenwohnheim erzählt? Ich denke, dass sie so erschüttert war über das, was sie da veranstaltet hat, dass sie das nicht geschafft hat. Nicht aus Furcht, sondern dass sie das nicht wahrhaben wollte. Denn, und das ist natürlich auch das Entscheidende, und das ist ja der Punkt, warum wir überhaupt zusammensitzen, ist ein rechtsradikaler Hintergrund zu vermuten. Der ist eben überhaupt nicht zu vermuten. Und der Anlass für diese Brandstiftung, Sie haben das Urteil gelesen, war ja auch ein völlig idiotischer und hatte nichts mit Politik oder sonst was zu tun. 1983, also ein Jahr vor der ersten Brandstiftung, beendet Evelyn D. ihre langjährige Beziehung und verliert dadurch auch den gemeinsamen Freundeskreis. Sie fühlt sich allein und in ihrer Isolation greift sie immer mehr zum Alkohol. Etwa ein Jahr später kann sie den intensiven Alkoholkonsum überwinden, trinkt kaum noch und hat einen neuen Freundeskreis. Allerdings pflegte sie zu ihren neuen Bekannten nur eine recht oberflächliche Beziehung, da sie sich mit diesen Leuten nicht besonders wohl fühlte. Wissen Sie irgendetwas über diesen Freundeskreis? Nee, nee, überhaupt nichts. War die Thema, als ich sie kennenlernte, hatte sie keinen Freund und hat das auch mir gegenüber nicht problematisiert. Das ist ja heute dann, glaube ich, eine naheliegende Frage für vor allem die Hinterbliebenen. So, was waren das für Leute, haben die vielleicht Evelyn D. dazu gedrängt, so etwas zu machen oder so? Aber das war nicht der Fall. Das würde ja wieder interpretierbar machen lassen, dass diese Tat einen entsprechenden Hintergrund gehabt hatte. Wenn Sie das aber dann in die gleiche Reihe setzen, also quasi Unfall, Unglück, und in die gleiche Reihe setzen der weiteren 40 Taten, Brandstiftungen, also einschlägiger Art, dann kann man nicht sagen, also da ist jetzt der Freundeskreis prägend gewesen, weil eben diese sieben Menschen oder eben Ausländer oder was auch immer zu Tode gekommen sind. Das Gericht will verstehen, warum Evelyn D. über Jahre mehrere Brände legt und schaut sich dafür ihre Vergangenheit an. Die Angeklagte leidet unter einer Essstörung. In einer Therapie wird dafür eine mangelnde Abnabelung vom Elternhaus verantwortlich gemacht. Daraufhin bezieht sie ihre erste eigene Wohnung, fühlt sich aber von ihren Eltern weiterhin kontrolliert. Als weiteres Motiv für ihre Inbrandsetzungstaten gab die Angeklagte in der Hauptverhandlung an, dass sie sich im Hinblick auf ihre allererste Brandstiftung vom 27.08.1984 schuldig fühlte. Es habe daher bei allen nachfolgenden Brandstiftungen, zumindest untergründig, eine Rolle gespielt, stellvertretend für die erste schwerwiegende Tat Bestrafungen zu provozieren. Das heißt, weil Evelyn D. nach der ersten Brandlegung mit sieben Toten Schuldgefühle hatte, legt sie immer weitere, in manchen Nächten sogar mehrere Brände hintereinander, um erwischt und bestraft zu werden. Und das wird sie auch manchmal. Sie wird gefasst und muss sogar ins Gefängnis. Warum sagt sie nichts? Warum gesteht sie nicht? Vor der Brandlegung wurde Evelyn D. von ihren Freunden versetzt. Enttäuscht darüber soll sie durch die Gegend gefahren sein und den offenen Hauseingang mit dem Sperrmüll im Hausflur zufällig entdeckt haben. Eine Familie ist an dem Tag ausgezogen und hat den Sperrmüll vorübergehend dort abgestellt. Bewohnerinnen der Straße und der Nachbarschaft bezweifeln, dass diese Entdeckung rein zufällig war. In diesem Haus lebt Ainur Satie mit ihrer Familie. In dieser Nacht verliert sie sieben Familienmitglieder. Sabine Embers lebt gegenüber. Als sie das Feuer entdeckt, ruft sie umgehend die Feuerwehr. Im ersten Teil haben wir ausführlich mit beiden gesprochen. Sie kennen die Straße und das Haus gut. Sie bezweifeln, dass die Darstellung von Evelyn D. so stimmen kann. Also das ist ein Eingang und dann auf der linken Seite, wenn man von der Haustür reinkommt, auf der linken Seite war der Sperrmüll gewesen. Und das Tür war zu. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das halt gesehen hat. Das war genau an der Stelle sehr, sehr dunkel und ich bin da sehr oft abends vorbeigegangen. Ich konnte teilweise, erst wenn ich fast davor gestanden bin, überhaupt sehen, ob die Tür auf ist oder zu ist. Also Sperrmüll konnte man nicht sehen. Evelyn D. zündet mit ihrem Feuerzeug den Sperrmüll an, setzt sich in ihr Auto und beobachtet das Haus. Einen Flammenschein kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht sehen, heißt es im Urteil. Warum sie das Feuer gelegt hat, kann sie nicht genau erklären. Vielleicht sei sie frustriert darüber gewesen, von ihren Freunden versetzt worden zu sein. Sie habe zwar erkannt, dass es sich um ein bewohntes Haus gehandelt habe, habe aber bei der Imbrandsetzung weder daran gedacht, dass Menschen in dem Haus seien, noch dass ein derart großer Brand entstehen könnte, der Menschenleben gefährden könnte. Obgleich die Angeklagte nicht eine derartige Ausdehnung des Feuers erwartet hatte, so hatte sie doch damit gerechnet und dies auch billigend in Kauf genommen, dass der von ihr im Hausflur gelegte Brand von dem angezündeten Sessel auf den übrigen Sperrmüll und auch auf Teile des Gebäudes übergreifen und zumindest weiteren Sachschaden anrichten könnte. Eveline D. fährt in Richtung Stadtmitte. Nach etwa zehn Minuten kommen ihr Feuerwehrautos entgegen und sie kehrt wieder um. Aus der Entfernung kann sie die Flammen erkennen. Sie bleibt stehen, sieht sich an, was sie angerichtet hat und fährt dann wieder nach Hause. Währenddessen passiert am Tatort das. Ja, und dann nach ein paar Minuten wurde das wirklich so viel, dass das schon bis auf die Warnheimer Straße raufgedrungen ist. Der Rauch? Der Rauch, ja. Und dann bin ich runtergegangen, habe zu meiner Mutter gesagt, ich werde jetzt die Feuerwehr rufen, das ist mir zu riskant da. Auf der rechten Seite war die Mama drauf und auf der linken war ich mit dem Urk hier an der Fensterbank. Und man konnte wirklich nichts, nichts machen. Also es war zu heiß, man konnte gar nicht aushalten, es war so schlimm gewesen. Man konnte kaum Luft kriegen. Ja, und dann hat Mama jedes Mal gesagt, bitte nicht runterspringen, bitte nicht runterspringen. Einur und Rükyo Satir überleben den Sprung schwer verletzt. Ihre Mutter überlebt den Sprung nicht. In dieser Nacht sterben insgesamt sieben Familienmitglieder. Meine Kollegen und Kolleginnen vom Kosmoporten. mit K. schwarz-rotem Blut haben herausgefunden, dass die Polizei mit Evelyn D. kurz nach dem Brand bei ihrem Arbeitgeber, dem Stahlhersteller Thyssen, gesprochen hat. Einer der Kommissare, der erfährt dann in dem Unternehmen, dass die Bürogehilfin Evelyn D. in der Tatnacht bei einer Freundin in Duisburg-Warnheimer Ort gewesen sei. Das habe sie auch einer Kollegin am Arbeitsplatz erzählt. Und was sagt Evelyn D. zum Brand in der Warnheimer Straße? Im März 1985, also etwa acht Monate nach dem Brand, da wird sie befragt. Und da gibt sie an, dass sie nichts mit dem Brand zu tun gehabt habe. Evelyn D. sagt, dass sie am Tatort gewesen sei, ja, aber sie behauptet erst nach dem Brand. Und sie habe sich die Sache einmal ansehen wollen, sagt sie, weil sie halt von dem Brand durch den Rundfunk erfahren habe. Wie machen die Ermittler weiter? Eine Woche nach der Befragung, da notieren die Ermittler, die Spur sei ausermittelt. Es gebe keinen begründeten Tatverdacht, aber sie wird auch nicht als erledigt abgehakt. Auch im Jahr danach wird Evelyn D. nochmal zu dem Brand befragt und wieder gibt sie an, nichts damit zu tun gehabt zu haben. Gegenüber der deutschen Presseagentur soll die Staatsanwaltschaft schon wenige Tage nach dem Brand ein sogenanntes ausländerfeindliches Motiv ausgeschlossen haben. Und das, obwohl es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf den oder die Täter gab. Es ist der Verfassungsschutz, der sich einschaltet und ermittelt, also der Inlandsgeheimdienst. Uns liegen Auszüge der Ermittlungsakten des Verfassungsschutzes vor, die belegen, dass V-Männer sich kurz nach dem Brand in diversen rechtsextremen Kreisen umgehört haben. Konkrete Hinweise, dass Mitglieder dieser Gruppierungen an der Tat beteiligt waren, ließen sich daraus nicht ableiten. So wie Verteidiger Heinz Schmidt haben auch die Schwestern Satya aus der Zeitung erfahren, dass sich jemand fast nach zehn Jahren verantwortlich für die Tötung von ihren sieben Familienmitgliedern zeigt. Das habe ich von meiner Schwester erfahren, von meiner ältesten Schwester. Und sie aus der Zeitung? Sie hat das aus der Zeitung und sie hatte davor auch sehr, sie war ja sehr oft beim Polizei. Wenn sie was hören, rufen sie mich an, sie hat seine Telefonnummer damals auch hintergelassen bei der Polizei. Es wurde niemals angerufen. Das haben wir zufällig. Also als Geschwister in einem Zeitungs-, eine kleingeschriebene Stelle hat. Zufällig. Das war zufällig. Dann. Endlich. Im November 1996 beginnt der Prozess gegen Evelyn D. Gegenstand der Verhandlung sind die Brände im Mehrfamilienhaus 1984 und im Asylbewerberheim 1993. Die Schwestern Satya haben einen Anwalt engagiert, der sie als Nebenklägerinnen vertritt. Der Familie ist es wichtig, über einen möglichen rassistischen Hintergrund zu sprechen. Ihr Anwalt, Adnan Erdal, erinnert den Prozess so. War auch Rassismus Gegenstand der Verhandlung? Nach meiner Erinnerung zum Teil ja, weil meine Mandantin dieses versucht hatte. Denn meine Mandantin hatte damals bei ihrer Verhandlung dieses Hakenkreuz thematisiert, beziehungsweise thematisieren wollen. Sie wurde aber von dem vorsitzenden Richter mit einer ungewöhnlichen, aggressiven Aufforderung unterbrochen. Daraufhin habe ich nach meiner Erinnerung um eine kurze Unterbrechung der Sitzung gebeten. Bei dieser Unterbrechung habe ich versucht, meiner Mandantin klarzumachen, dass viele Behörden in Deutschland versuchen, die Brandanschläge auf die Wohnhäuser von Ausländern möglichst zu übersehen, beziehungsweise die Motivation für diese Straftaten, nämlich den rassistischen Grund, nicht thematisieren wollen. Können Sie sich daran erinnern, dass der vorsitzende Richter so reagiert hat, wie er es beschrieben hat? Nein. Weil das erinnert nämlich die Hintergründe auch. Also der war absolut offen und man hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt etwa die Angeklagte da vor irgendwelchen Anfeindungen hätte schützen wollen. Meine Schwester wollte wirklich was sagen. Die hat ja auch angefangen. Und das kam so, dass der Richter dann gesagt hat, wenn sie so weitermachen, dann können wir sie rausschmeißen. Wie es war denn da? Wenn der Richter uns mal mich gefragt hätte, ob es mir was aufgefallen ist, vorher oder nachher, was dann danach passiert ist, hätte ich dann doch alles erzählt. Können Sie sich erinnern, ob damals auch über Rassismus gesprochen wurde? Nein, es wurde nicht über Rassismus gesprochen. Also die Monster hat ja gesagt, sie hat sich dadurch befriedigt. Sie müsste das anzünden. Und da wurde über Rassismus gar nicht gesprochen. Also die Schwestern haben sich gewünscht und tun es ja auch heute, dass dieser Frage nach dem Rassismus mehr Platz eingeräumt worden wäre. Also haben Sie denn das Gefühl, dass das genügend war? Das war absolut genügend, weil die Gutachten lagen vor und die Persönlichkeitserforschung lag vor. Das wurde erörtert, das wurde schriftlich vorgelegt und vorgetragen und es wurde durch die Gutachter in der mündlichen Verhandlung nochmal vorgetragen. Also es wurde explizit von Ermittlern, von Richtern, von Gutachtern gefragt, hattest du eine sogenannte fremdenfeindliche Motivation? Ja, das war auf jeden Fall Thema, das zu prüfen, ob das in der Verhandlung noch vertieft worden ist, ich glaube nicht. Aber es war Thema. Aber es war Thema natürlich. Und es wurde auch ins Urteil reingeschrieben. Es wurde nicht übergangen, sondern es wurde reingeschrieben, dass dafür nichts erkennbar war. Nichts. Wir widmen dieser Brandstiftung und der Frage, ob die Täterin womöglich rassistisch motiviert gehandelt haben könnte, zwei Folgen. Und auch das LKA beschäftigt sich heute mit dieser Frage. Im Urteil konnte ich eine Stelle finden, in der über dieses mögliche Motiv gesprochen wurde. Und diese Stelle bezieht sich auf die Inbrandsetzung des Asylbewerberheimes 1993. Ausländerfeindliche Beweggründe spielten bei der Auswahl des Objekts keine Rolle. Anders als bei dem Brand im Jahre 1984 war der Angeklagten aber diesmal bewusst, dass sich in diesem Hause Menschen befanden und dass diese durch den Brand zu Tode kommen könnten. Nach ihrer Einlassung nahm sie auch billigend in Kauf, dass der von ihr beabsichtigte Brand des Gebäudes Menschenleben kosten könnte. Eine völlige Schuldunfähigkeit kann Evelyn D. nicht attestiert werden, weil sie dem Drang, Brände zu legen, häufig auch widerstehen kann. Aber das Gericht erkennt, dass die Angeklagte wieder einen Brand legen könnte, wenn sie nicht unter Beobachtung steht. Evelyn D. ist laut Gericht vermindert schuldfähig. Und das wirkt sich strafmildernd auf das Urteil aus. Das Gericht bewertet die Brandstiftungsdelikte als neurotische Impulstaten. Inwiefern kann dieses Krankheitsbild eine politische Motivation auch ausschließen? In der Vielzahl der Fälle, der Gleichartigkeit der Fälle. Und dass, wenn das nicht so schicksalshaft gewesen wäre, diese erste Tat, dann hätte sie ja auch genauso enden können, wie die anderen 40 Fälle auch. Mit einer Sachbeschädigung, dass sie das nicht so gesteuert hat. Und das unterstelle ich ihr nun wirklich, dass sie nicht in Kauf genommen hat, dass da Menschen sterben. Für die Brandlegung im Mehrfamilienhaus in der Warnheimer Straße wird Evelyn D. zu neun Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Für die Entbrandsitzung des Asylbewerberheims bekommt sie acht Jahre und neun Monate. Außerdem ordnet das Gericht an, dass Evelyn D. in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Fühlt sich das für Sie nach Gerechtigkeit an? Nee, eigentlich nicht. Also das ist, dass Gerechtigkeit hätte anders ablaufen müssen. Okay. Ich sag mal, nach unserem Hausbrand sind ja sehr viele Wohnungen angezündet worden. Im Möll, in Sollingen. Hätte man damals was gemacht, hätte vielleicht das nicht passiert. Heute, bis heute, das passiert ja immer noch. Das muss einfach aufführen. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und Angststörung habe ich auch. Und dass es jederzeit sowas passiert. Deswegen, wo ich meine Wohnungen bekommen habe, habe ich auch gesagt, ich möchte in einem Hauswohnung, da keine Türken wohnen oder Ausländer wohnen. Ich möchte, dass in diesem Haus Deutsche wohnen. Fast 40 Jahre, die mittlerweile vergangen sind, können das Leid nicht mildern und die Menschen, die Aino Satie jeden Tag betrauert, nicht zurückbringen. Lange Zeit, sagt sie, soll sich niemand für den Schmerz ihrer Familie interessiert, ihr gar geglaubt haben. Vor wenigen Jahren hat sich die Initiative Duisburg 84 gegründet. Seitdem an Aino Saties Seite ihre Unterstützerin und Freundin Bengö Kocatürk-Schuster. Erstmal hat jemand uns zugehört und das war der Initiativ 1984. Was war das für ein Gefühl? Das war ein sehr schönes Gefühl gewesen natürlich, dass man jahrelang stumm gehalten worden ist, unterschlucken mussten und dann, da ist jemand, fragt nach, wie geht es dir und was hast du erlebt? Und das, das war eine Erleichterung für uns, für unsere ganze Familie, für meine Geschwister auch. Also seitdem kann ich besser reden, mein Herz aufschließen und das hat mir viel gebracht. Wir haben auch sehr viel gemeinsam geweint und aber auch gelacht. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht, um uns überhaupt erst mal kennenzulernen. Ja und natürlich, wir hatten 35 Jahre lang waren wir nicht da und es gibt auch heute noch Sachen, die neu rauskommen. Tatsächlich, wenn wir uns unterhalten, weil man hat anfangs auch die Sprache dafür nicht. Man hat ja 35 Jahre lang nicht darüber gesprochen. Es war auch so, dass die Familien untereinander das nicht thematisiert haben, weil der Schmerz so groß war und die Geschwister wollten ihre Kinder nicht belasten und die Kinder haben sich nicht getraut, die Eltern zu fragen. Also man hatte so ein Trauma in sich und was man mit keinem teilen konnte. Für Einur Satir, ihre Familie und andere Mitglieder der Initiative steht fest, dass das Haus in der Nacht zum 27.08.1984 brannte, weil dort ausschließlich Menschen mit Migrationsgeschichte lebten. Motiv Rassismus, Rechtsextremismus. Jaden Türkmann ist Soziologin und beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Migration in Deutschland. Rassistische Gewalt funktioniert nicht als Vorurteil einer einzelnen Person. Rassistische, rechte und antisemitische Gewalt sind politische Gewalttaten. Und um sie zu verstehen und um ihr Ausmaß als Botschaftstaten zu verstehen, sollten wir verstehen, dass diese Gewalt im Zusammenhang steht mit Hassobjekten, mit Stereotypen, Vorstellungen und mit rassistischem Wissen. Dieses rassistische Wissen erfinden nicht einzelne Menschen, auch nicht Gruppen. Rechte Gruppierungen erfinden nicht rassistisches Wissen. Dieses Wissen wird gesamtgesellschaftlich, historisch, aber auch aktuell sozusagen produziert. Die Wissenschaftlerin hat in alten Zeitungsarchiven Meldungen über den Brand 1984 entdeckt und nachgeforscht. Sie kritisiert vor allem die Ermittlungsarbeiten der Polizei, wirft ihnen Versäumnisse vor. Mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen gründete sie daraufhin die Initiative Duisburg 1984. Kann es dann nicht sein, dass die Stimmung rassistisch war, aber dass die Täterin Evelyn D. tatsächlich einfach nur in Anführungsstrichen eine krankhafte Pyromanin war und dass sie sich dieses Haus zufällig ausgesucht hat? Umgekehrt. Die Beweispflicht liegt nämlich bei den Ermittlungsbehörden. Sie sind diejenigen Institutionen, die Menschenrechte schützen müssen als Pflichtenträger. Und dementsprechend möchten wir gerne erfahren, ob ausgeschlossen werden kann, dass Evelyn D. nicht rassistisch gehandelt hat, indem sie 1984 und 1993 Wohnobjekte, die eindeutig als Wohnobjekte von Migrantinnen bewohnt waren, angegriffen hat. Ich würde mir wünschen, dass wenigstens gesagt wird, dass es Versäumnisse gemacht wurden, dass in jene Richtung ermittelt werden müsste, weil eigentlich, wenn in diesem Land Migrantinnen und Migranten Opfer von Gewalttaten werden, müsste Rassismus ganz oben auf der Liste stehen, also als politisches Tatmotiv. Wir brauchen Gerechtigkeit. Das ist sehr traurig, dass man uns einfach alleine gelassen hat. Jetzt werde ich reden, auch meine Schnauze aufmachen, frech werden. Wir brauchen Gerechtigkeit. Man soll nicht nach Hautfarbe gehen. Man soll nicht nach Haarfarbe gehen. Das Rassismus muss aufhören. Da sollen keine unschuldigen Menschen sterben. Meine Mutter war 39, wo sie gestorben ist. Diese Monster hat mein Leben geändert. Von einer Nacht auf den nächsten Tag hatte ich ganz andere Leben gehabt. Und die soll krank sein. Und dieser kranke Mensch hat meine Familie krank gemacht. Wer ist denn verantwortlich dafür? Und jetzt gucken wir mal kurz zurück. Vor 37 Jahren kam in Duisburg-Wannheimer Ort bei einem Brandanschlag sieben Menschen ums Leben. Jetzt soll sich eine neu eingerichtete LKA-Projektgruppe mit den Hintergründen der Tat beschäftigen. Die neue Ermittlergruppe des Landeskriminalamts soll in den nächsten neun Monaten diese und auch weitere mögliche Taten erneut auf Rechtsextremismus prüfen. Neun Monate, also im April 2023, hätten erste Ergebnisse vorliegen sollen. Und ich hätte sie euch auch gerne vorgestellt. Doch Stand jetzt, also Februar 2024, wurden sie immer noch nicht veröffentlicht. Sollte sich in dieser Sache etwas bewegen, dann erfahrt ihr es hier bei uns auf dem Kanal. Also bleibt uns treu. Bis dahin. Bis dahin.